Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt. Und beim letzten Mal haben wir ja mit dem Triceratops-Gehege angefangen und haben auch schon die ersten Triceratops freigelassen. Ja, wir haben im Endeffekt schon mal die Triceratops-Szene nachgestellt. Und ich bin damit auch sehr zufrieden. Also es ist sehr, sehr gut geworden. Und ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, dass es euch sehr gut so gefällt, wie es ist. Und das mit den Cothaufen, da habt ihr mir sogar gleich noch ein paar Tipps dargelassen, was ich da denn machen könnte und verwenden könnte. Aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Denn erstmal möchte ich euch verraten, wer denn dieses Ranger-Team hier geworden ist. Da haben wir nämlich auch wieder einen schönen Kommentar bekommen. Und das hier ist Dominic Toretto und Brian O'Connor. Also ein Fast and Furious Ranger-Team hier. Die sind auf jeden Fall immer schnell am Start. Vielen, vielen Dank dafür. Und die drei Triceratops haben natürlich auch wundervolle Namen von euch bekommen. Ich glaube, die verstecken sich gerade voll. Egal. Hier haben wir auf jeden Fall Sam Neill. Das ist, glaube ich, der Schauspieler, der heißt so, der den Alan Grant verkörpert. Bin ich mir aber gerade nicht sicher, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Und die anderen verstecken sich. Ah, hier ist einer. Da haben wir Jonathan Davis oder Davies. Da hat sich ein Zuschauer verewigt. Und einen haben wir irgendwo auch noch hier rumlaufen. Aber ich weiß nicht, wo. Ah, der ist mitten im Wald. Das Alpha-Männchen. Da können wir auch gerade nicht reinzoomen. Das ist Bob. Bob sehen wir leider gerade. Da kommt Bob. Bob kommt aus dem Wald. Okay, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diese tollen Namenshausschläge. Ich habe ja auch gefragt, wie viele Triceratops wir im Endeffekt hier freilassen sollen in dem Gehege. Und da hat jemand geschrieben, sechs wäre eine coole Anzahl. Und es hat jemand reingeschrieben, dass es offizielle Listen gibt. Und drei wäre schon die richtige Anzahl bei Triceratopsen. Da steht auch zum Beispiel fünf Brachios, 24 Galimimus, 15 Paras. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob diese Zahlen stimmen. Falls ja, werde ich auf jeden Fall die Dinosaurieranzahl überall dementsprechend anpassen. Ja, schreibt es mal rein und dann werden wir das Ganze so ein bisschen anpassen. Ja, ich habe hier so ein bisschen weiter gebaut noch. Ihr seht das schon. Ich habe hier den Felsen so ein bisschen ausgeschmückt, ein bisschen Wald hingemacht. Hier vorne nochmal ein Futterspender. Ja, hier hat sich das allgemein von der Bewaldung noch ein bisschen geändert. Dann geht die Strecke hier hinten lang. Hier ist Wald und da geht es dann quasi schon ins nächste Gehege. Ich habe hier auch immer so den einen oder anderen Redwood Tree zwischengepackt. Und ich finde, das sieht jetzt eigentlich schon relativ gut und natürlich aus. Aber es gibt noch eine Sache, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. Denn wir könnten noch diese Codhaufen darstellen. Die haben wir beim letzten Mal auch schon versucht darzustellen. Da hatten wir... Genau, ich weiß gar nicht, wo wir das machen sollten am besten. Also wir dürfen uns ja diese Optik eigentlich nicht zerschießen mit Codhaufen. Weil hier hat man zum Beispiel auch nichts gesehen. Entweder machen wir die jetzt hier vorne irgendwo hin oder hier hin. Und ich glaube, hier würde mehr Sinn machen. Ihr hattet zwei Alternativen in die Kommentare geschrieben, was wir für die Codhaufen benutzen können. Einmal hier Fels 1, haben relativ viele reingeschrieben. Der ist von der Form her auch gar nicht so schlecht. Ich platziere den mal hier. Aber der ist meiner Meinung nach viel zu groß. Schaut mal, wie groß der ist. Der ist doppelt so groß wie ein Triceratops. Ich glaube, das ist schon ein bisschen zu viel. Ihr seht, der ist auch dreimal so groß wie ein Jeep. Und ich glaube, dann als Triceratops-Codhaufen wäre das wirklich ein bisschen too much. Aber ihr habt auch noch eine zweite Variante reingeschrieben. Allerdings bin ich mir noch unsicher, wo ich die platzieren möchte. Ich habe eigentlich überlegt, das hier hin zu machen. Aber ich glaube, das ist unrealistisch. Weil man sieht ja in der einen Perspektive ganz gut, dass hier das Wasser im Hintergrund ist. Und da sind nicht die Codhaufen. Vielleicht macht es am meisten Sinn, wenn wir die hier hinter einfach machen. Ich meine, hier haben wir den Platz. Und so doll wird das dann unsere Sicht auch nicht zerstören, sage ich mal. Also ich glaube, wenn es rein logisch wäre, dann hätten wir die irgendwo hier vormachen müssen. Hier so hin. Aber ich glaube, ich werde es einfach dahinter mal probieren. Ob das Ganze überhaupt funktioniert und ob wir das Ganze überhaupt beibehalten werden. Ich zeige euch nämlich mal, was ihr geschrieben habt. Ihr habt nämlich geschrieben, man kann ja so ein bisschen das Land erhöhen. Ich darf natürlich jetzt auch nicht übertreiben. Weil je nachdem, wie hoch ich das jetzt mache, desto höher wird der Haufen dann ja. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Und dann soll man so eine Lampe dahin platzieren. So eine. Obendrauf. Und dann kann ich das Ganze wieder glätten. Dann soll das steiler gehen. Und das klappt halt wirklich cool. Okay, aber das ist irgendwie nicht so spitz. Irgendwie noch so ein bisschen länglich. Okay, ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert, Leute. Und das scheint einfach so ein bisschen positionsabhängig zu sein. Weil jetzt haben wir es echt viel spitzer hinbekommen. Wenn ihr mal schaut. Sieht, glaube ich, schon ganz gut jetzt aus. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Ich habe jetzt doch hier Rasen drumherum gelassen. Weil wir hätten ansonsten hier viel mit Sand arbeiten müssen. Und wenig mit diesem Braun. Weil sonst hätte man nicht mehr erkannt, dass das hier Kohthaufen sein sollen. Habe ich gerade ausprobiert. Deswegen habe ich jetzt einfach Rasen drumherum gelassen. Und ich denke mal, das ist schon ganz in Ordnung. Die hätten eigentlich auch noch ein bisschen höher sein müssen, damit es originaler ist. Aber ich habe die jetzt so gelassen, weil die sonst einfach zu breit werden würden. Und so finde ich es schon ganz okay. Man kann auf jeden Fall erkennen, dass das diese Kohthaufen sein sollen. Und ich denke mal, das ist ein cooles Gimmick, was wir jetzt eingebaut haben. In unser Triceratops-Gehege. Aber wir haben diese Folge noch sehr viel zu tun. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt wieder an, über etwas zu sprechen, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Denn ihr habt einige Szenen in die Kommentare geschrieben, die wir noch beachten müssen bei unserem Jurassic Park-Bau. Am meisten wurde in die Kommentare geschrieben, die Bunker-Szene mit den Raptoren, wo sozusagen Ellie Settler und, ich weiß gerade seinen Namen leider nicht, den mit der Schrotflinte, wo die zum Bunker müssen, um den Strom wieder anzuschalten. Diese Szene, die fehlt uns nämlich auch noch. Und die müssten wir eigentlich irgendwo hier hinten nachbauen. Hier bei unserem Raptor-Gebäude müssten wir die nachbauen. Weil man sieht, glaube ich, im Film auch, ich habe es leider gerade nicht zu 100% vor Augen, dass die Raptoren hier ausgebüxt sind und dann irgendwo in den Dschungel gerannt sind. Und für uns würde es sogar Sinn machen, wenn wir das Ganze hier vorne machen. Weil hier haben wir einen relativ dichten Dschungel, den wir auch noch bebauen können. Und im Prinzip müssen wir, glaube ich, nur so ein paar Zäune da hinziehen. Vielleicht noch den ein oder anderen umgefallenen Baumstamm oder so. Den können wir auch noch mit Mods einfügen. Und dann brauchen wir natürlich den Bunker. Wo haben wir den? Den haben wir hier. Das ist nämlich auch der Originalbunker aus dem Film. Das ist ziemlich cool. Mit dem gleichen Eingang. Und den könnten wir dann irgendwo hier hinten unterbringen. Ich denke mal, das sollte kein Problem werden. Vom Platz her passt das, glaube ich, ideal. Aber das habe ich jetzt schon mal im Hinterkopf. Werden wir nicht heute machen, weil wir werden uns heute um eine andere Szene kümmern. Aber ihr habt auch noch geschrieben, die Szene, wo Dennis Nettri weg von der Insel möchte. Also wo er abhaut. Er hat ja sozusagen die DNA-Dinger da, glaube ich, geklaut. Und möchte dann abhauen von der Insel. Und dort wird er dann ja von dem Dilo überrascht und verspeist. Und ja, diese Szene müssen wir halt auch noch darstellen so ein bisschen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze machen. Wo wir dann den Weg langführen, dass es Sinn ergibt. Müsste ja irgendwo... Ja, eigentlich macht das schon Sinn, wenn wir das irgendwo hier hinten noch hinbauen. Das kommt ja sowieso hier alles noch weg. Weil hier ist ja das Dilo-Gehege. Dann könnten hier die Dilos ausgebüxt sein. Und irgendwo den Dennis Nettri dann hier abgefangen haben. Das kriegen wir, denke ich, auch noch hin. Habe ich im Hinterkopf. Und dann kommt noch die Szene mit dem Brachiosaurus. Okay, genau. Mit dem Brachiosaurin im Dschungel. Als sie da beim T-Rex-Gehege... Da geht es ja irgendwie so steil runter beim T-Rex-Gehege. Das habe ich jetzt ja nicht eingebaut. Ich weiß auch nicht, wo wir diesen Dschungel machen wollen. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Szene nicht weglassen. Weil die ist echt schwer für uns darzustellen. Wir müssten nämlich noch irgendwo hier einen riesigen Dschungel einbauen. Hier wäre ein Dschungel. Aber da müssten hier Brachios drin sein. Also am meisten Sinn würde es mal... Oh, wir könnten das hier hinten vielleicht machen. Na, macht aber auch keinen Sinn. Dann wären die hier runtergeklettert. Hier lang, hier lang. Dann hätten die ja hier die Gebäude im Weg. Aber hier wären wenigstens die Brachios. Die waren ja dann in den Baumwipfeln so ein bisschen. Und haben dann da die Brachios gesehen. Aber bei der Szene bin ich mir noch unschlüssig. Vielleicht könnt ihr ja was in die Kommentare schreiben, wie ich das Ganze machen soll. Aber da habe ich gerade noch nicht so eine gute Lösung für. Und dann habt ihr noch die Szene reingeschrieben. Mit den Stromzaun. Wo sozusagen die alle rüberklettern. Und dann wird der Strom eingeschaltet. Und der kleine Timmy oder Tim wird dann vom Strom erfasst. Und fällt von dem Zaun sozusagen runter. Diese Szene müssen wir eigentlich irgendwo hinter dem Gallimimus gehege machen. Weil ich glaube, es kommt erst diese Szene hier mit dem Gallimimus. Das wird ja hier die Gallimimuswiese. Und dann müssten wir hier noch irgendwo diesen Stromzaun machen, der so auf einer kleinen Erhöhung ist. Das muss dann auch irgendwo hier mit eingeplant werden. Aber das sind eigentlich so alles die Szenen, die uns noch fehlen. Falls euch noch irgendwas einfällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir machen uns auf jeden Fall heute erstmal an die Gallimimus-Szene so ein bisschen. Und dort sieht man eigentlich, dass hier eine relativ große Wiese ist. Also hier ist überall Gras. Bis auf einen Baum in der Mitte. Den können wir dann auch darstellen. Und was noch wichtig ist, ist es hier weiter unten. Also hier als hier vorne. Das heißt, die gehen hier so einen kleinen Hügel nach oben. Und was mir auch noch aufgefallen ist. Also den Berg im Hintergrund, den werden wir sowieso haben. Allein durch unsere Landschaft. Aber was mir noch aufgefallen ist, ist hier hinten das hier. Schaut euch das mal an. Hier hinten sind zwei so Striche. Das könnten beides Schienen sein von unserer Jurassic Tour. Also einmal das hier und das hier. Können natürlich auch nur Reifenspuren sein. Also ich glaube, das vordere hier, also das hier, sind glaube ich nur Reifenspuren. Aber hier könnte ich mir fast vorstellen, dass das die Schienen sind. Kann man sehr schwer erkennen. Würde aber sogar Sinn machen. Weil es macht ja Sinn, dass die Schienen wirklich durch das Galimimus-Gehäge auch noch führen. Und das könnten wir eigentlich auch perfekt weiterführen. Also ich werde das jetzt erstmal als Schienen interpretieren. Falls es nicht so ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber für mich sieht das so ein bisschen so aus. So, hier gehen die dann noch so ein bisschen hoch. Dann sehen die, sobald die über den Hügel kommen, erblicken die hier. Also das ist der Hügel, den die gerade hochgegangen sind. Hier ist dann auch nochmal ein Baum. Hier im Hintergrund auch noch ein Baum. Und hier sehen sie dann das erste Mal, die Galimimus auf sie zukommen. Das sind auch wirklich viele. Also im Film sieht man echt, dass das mindestens 20 sind. Also das ist echt heftig viel. Mal eben einmal rüberzoomen, so. Na, ihr könnt es schon sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Und da im Hintergrund sieht man noch einige andere Köpfe. Also das sind mindestens 20, wenn nicht sogar noch mehr. Das heißt, wir müssen relativ viele Galimimus freilassen hier in unserem Gehege. Da sieht man sie auch nochmal. Hier laufen sie so ein bisschen näher dran herum. Da laufen sie um den Baum nochmal. Hier kann man es auch nochmal sehen, wie viele es sind. Eins, zwei, drei. Ja, schreibt es in die Kommentare, wie viele es sind. Also es hat ja schon jemand reingeschrieben, dass es 24 Gallis sein sollten. Und ich könnte mir das sogar vorstellen. Also es kommt, glaube ich, ungefähr hin. So, und dann bemerken sie auf einmal, oh, die kommen ja auf uns zu. Sehr, sehr kritisch. Dann rennen sie weg. Aber wo rennen sie hin? Das ist jetzt die Frage. Sind hier eigentlich gerade hochgekommen? Ich glaube, die laufen dann so ein bisschen eher nach links wieder weg. Also mehr so in diese Richtung. Sind, glaube ich, von hier gekommen. Und laufen dann nach da weg. Ansonsten wird das schon wieder gar keinen Sinn ergeben. Weil eigentlich laufen die, glaube ich, echt fast in die gleiche Richtung, wo sie hergekommen sind. Da müsste es eigentlich steil bergab gehen. Aber im Film kommt dann eigentlich relativ schnell diese umgefallenen Baumstämme. Also hier ist einer. Hier hinter ist, glaube ich, auch noch einer. Die werden wir dann auch versuchen, mit einer Mod darzustellen. Ja, da verstecken sie sich dann hinter den Baumstämmen. Und dann beobachten sie schon den T-Rex. Wie er kommt und sich so einen schönen Gallimimus erlegt und jagt und dann frisst. Und ja, das war eigentlich die ganze Gallimimus-Szene. Also so viel gibt es da gar nicht zu beachten. Denn so ein paar Sachen sieht man zwar schon, auf die wir achten müssen. Aber was ich auf jeden Fall auch noch einbauen möchte. Weil nach dieser Szene gehen sie nämlich zu diesem Zaun. Hier gehen sie dann nochmal ein ganzes Stück den Berg hoch. Und dann gehen sie Richtung diesem Hoch-High-Voltage-Zaun. Also diesem Hochsicherheits-Strom-Zaun. Wie nennt man das auf Deutsch? Ich glaube, das ist schon fast richtig. Auf jeden Fall gehen sie dann hier hin und klettern dann ja hier über den Zaun. Und die Szene möchte ich dann auch noch schon mal planen, wo wir die hinmachen und auch nachbauen. Weil an sich ist das gar nicht so viel. Also die klettern über den Zaun und dann wird halt dieser Timmy von dem Strom erfasst und wiederbelebt. Und ja, dann haben wir die Szene eigentlich soweit abgeschlossen. Das werden wir heute bauen und wir springen jetzt wieder in Jurassic World Evolution. Und da sind wir auch schon wieder in Jurassic World Evolution. Und jetzt geht es daran, das Ganze nachzubauen. Ich denke mal, es macht sogar echt Sinn, wenn wir diese Schienen da im Hintergrund wirklich lang verlaufen lassen. Weil dann wären sozusagen hier diese Schienen und dann hätten wir hier den Berg, wo sie dann hochlaufen. Also dass wir den hier bauen. Und aus dieser Sicht, wo ich jetzt gucke, ist ungefähr dann der erste Screenshot. Das ist, denke ich mal, ganz cool. Das kommt nämlich auf jeden Fall relativ gut an das Original dann ran. Und das passt dann auch sehr gut mit unserem Park hier zusammen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier das ganze Land so ein bisschen anheben. So, ich denke mal, von der Höhe sollte das später ausreichen. Oder? Ich bin mir da gerade unsicher. Können wir mal kurz hier in diese Perspektive gehen, wie das Ganze dann aussieht. Ja, doch, das kommt, glaube ich, ganz gut hin, wenn dann hier hinterher dann die Schienen lang verlaufen. Gehen wir noch ein bisschen näher ran. Ja, ich denke schon. Müssen wir aber hier das Ganze noch so ein bisschen gestalten. Also so leicht hügelig kann es ruhig sein. Weil hier wird ja später auch noch ein bisschen Gras und so hinkommen. Aber ich denke mal, so passt das schon. Dann können wir einmal eben die Strecke weiterziehen dahinter im Hintergrund. Einmal hier einfach komplett geradeaus. Ist hier vorne irgendwo. Hier müssen wir die dann am Ende irgendwie hier schräg lang verlaufen lassen. Müssen wir da mal schauen. Das ist ja alles, was man dann im Film nicht mehr sieht. Im Film sieht man ja im Prinzip nur die Schiene da im Hintergrund und dann dieser Baum. Also ich glaube, das ist ja schon eine sehr gute Position, wo ich mich hier befinde. Da ziehen wir mal eben hier ein Schildchen hin. Das wären dann sozusagen die Leute, wo die gerade stehen. Die stehen sogar noch ein bisschen weiter unten. Aber von der Höhe halt her. Ich denke mal, das kommt schon ganz gut hin, ne? Wenn ihr mal oben rechts schaut. Na gut, hier der Untergrund und so ist noch ein bisschen anders. Aber das können wir nicht ganz perfekt machen. Der Baum, der müsste dann ungefähr... Ich denke mal, dieser Baum kommt schon ganz gut hin, ne? Jo, ich glaube, der ist ziemlich perfekt dafür. Den so rumdrehen, das ist schon ziemlich gut. Der müsste irgendwo relativ nah hier unten schon stehen. Ich glaube, so kommt schon fast hin. Gehen wir nochmal in die Perspektive. Das sieht doch schon sehr nah am Original aus. Natürlich jetzt von den Höhen und so vom Baum nicht ganz perfekt. Aber das können wir auch nicht alles ganz perfekt darstellen. Man kann auf jeden Fall kennen, dass das diese Szene sein soll. Definitiv. Die Szene, die man im Film nicht sieht, die werde ich dann später wieder so machen und euch dann einfach im nächsten Video zeigen. Das habe ich ja beim Triceratops-Gege ähnlich gemacht. Das ist, denke ich, auch am sinnvollsten, damit wir jetzt schnell vorankommen. Weil ein paar Szenen haben wir sogar noch zum Nachbauen. Und dann kommt natürlich auch noch Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3. Also es gibt noch sehr viel zu tun. Ich frage mich, ob wir hier auch begrasen sollen. Also eigentlich ist da ja nur normales Gras so. Aber ich glaube, der ein oder andere Busch, der kann hier gar nicht schaden da unten. Selbst wenn das vielleicht im Film nicht zu sehen ist. Wäre sonst, glaube ich, aber ein bisschen langweilig. Wir können ja auch hier vielleicht mit den normalen Büschen ein bisschen arbeiten. Muss ja auch nicht so übertrieben sein. Wir können ja nur so ein bisschen was machen. Ich werde auch hier, glaube ich, nochmal so ein bisschen die ein oder andere braune Stelle da mit reinbringen. Weil das im Film schon relativ grün ist, ne? Ich glaube, ich weiche eher davon ab, von dem Film, wenn ich mir so viel braun mache, wenn ich mir das so anschaue. Aber ich glaube, ich muss wirklich alles stumpf grün lassen. Das kommt aber, denke ich mal, schon hin. Wenn die dann hier hochlaufen, das passt schon. Und dann wäre jetzt sozusagen die Szene in diese Richtung. Und ich kann jetzt schon mal sagen, also es geht dann hier wieder so ein bisschen runter und wieder so ein bisschen hoch. Und über der Kuppe erscheinen dann die Gallimimos. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir das platztechnisch noch hinkriegen. Dass es einigermaßen gut aussieht. Und vom Hintergrund her sieht das sogar relativ gut aus, muss ich sagen. Ja, das sieht ganz schön aus. Das heißt aber, wir müssen jetzt rein theoretisch die Kuppe hier wieder runtergehen lassen, so ein bisschen. Ich glaube, hier werde ich später das Ganze einfach niedrigen Niveau durchlaufen lassen, die Schiene, sodass man die kaum sieht. Müssen wir dann mal schauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt was vom Gesamtbild kaputt macht. Nö, ich glaube, da links geht es sogar so ein bisschen runter. Also passt das, glaube ich, schon. Das heißt, wir glätten hier jetzt nochmal das Ganze so ein bisschen runter. Und dann wäre die Kuppe noch ein Stückchen weiter hinten. Ich muss mal gleich gucken, wie ich das mit dem Wald und sowas mache. Uff, gute Frage. Ich frage mich auch, ob ich hier den Zaun noch durchziehen soll. Oder ob ich diese beiden Gehege verbunden lasse. Und dann haben wir einfach so eine große Wiese hier. Also so eine große Pflanzenfresser-Wiese. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt, einfach hier das Ganze offen zu lassen. Und dann wären diese beiden Gehege sozusagen verbunden. Ich meine, hier laufen ja auch Gallimimus bei diesem Fluss rum. Aber so hätten wir wenigstens gegeben, dass die Gallis hier in dem Bereich bleiben. Also es ist, glaube ich, besser, wenn wir hier irgendwie noch einen Zaun ziehen. Ich versuche das mal eben. Welchen Zaun haben wir hier benutzt? Ein Stromzaun. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt, wenn wir den dann noch durchziehen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es cool finden würdet, wenn ich das Gehege sozusagen als ein großes Pflanzenfresser-Gegege lasse. Oder ob das Sinn macht, ob das vielleicht im Original auch so war. Man weiß es ja nicht. Aber wirklich Gehege und Zaunbegrenzung sieht man ja nicht. Problem ist immer, dass der Wald immer ein bisschen leidet unter diesen Zaunbegrenzungen. Angst, mir den Wald kaputt zu machen damit. Dass das nicht mehr so cool aussieht. Dann müssen wir mal schauen, dass wir das möglichst gut dann regeln. So. Hier werde ich dann, denke ich mal, das Ganze einfach ein bisschen simpler regeln. Hier habe ich ja noch diese Schleuse. Dann mache ich dann mal eben das hier, was ich schon vergessen habe. Hier nehme ich diese Verbindung. Und hier mache ich das Stück dann einfach. So. Ich denke mal, das ist ganz in Ordnung so. Und dann verkleiden wir das Ganze hier wieder, dass man den Zaun möglichst nicht sieht. An keiner Stelle. Das wäre am besten. Hier kann man dann so als kleinen Trick noch, aber das kennt ihr sicherlich, noch so ein bisschen sich mit diesen Bäumen aushelfen. Dass man die hier noch so ein bisschen da rein platziert. Oder halt diesen Baum hier. Der ist auch gar nicht schlecht. So. Und jetzt sieht man den Zaun wirklich nur noch minimal. Hier so ein bisschen durchschimmern. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon relativ gut verdeckt hier. Aber wir müssen natürlich jetzt hier noch gucken, dass wir das vernünftig mit der Kuppel hinbekommen. Ich will sie nicht zu nah dran lassen, aber wir können auch nicht so weit weg gehen. Das wird hier wirklich vom Platz her schon echt eng werden. Hätte ich gar nicht gedacht. Wir müssen uns natürlich auch noch überlegen, wo dann später diese Zaunszene hinkommt, die ich vorhin geplant hatte. Uff, das wird alles sehr, sehr eng vom Platz. Vielleicht können wir die Zaunszene ja irgendwo hier hin machen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann würde es auch wieder so ein bisschen in diese Richtung Besucherzentrum gehen. Das wäre ja auch realistisch, weil die nach dieser Szene auch zum Besucherzentrum hingegangen sind, letztendlich. So, das Ganze habe ich jetzt grob schon mal fertig gemacht. Das wäre dann sozusagen die erste Szene, wo sie dann hochkraxeln hier. Und dann kommen sie hier auf die Kuppel an, gehen hier so ein Stück weiter. Und das wäre dann ungefähr die zweite Szene. Das kommt von dem Bergkuppen, glaube ich, schon ganz gut hin. Hier oben rennen dann die Gallimimus später rüber. Ist jetzt schwierig von der Kameraperspektive, das ganz perfekt zu machen. Ich glaube, die Kuppel kann aber sogar noch ein kleines Stück weiter runter. Ich glaube, von der Distanz her kommt das schon ganz gut hin. Hier müssten dann noch ein paar Bäume und Büsche hin. Im Hintergrund vielleicht auch. Und dann passt das eigentlich schon ganz gut. Hier können wir auch vielleicht noch die eine oder andere braune Stelle mit einbauen, weil die sieht man auf dem Screenshot auch ganz gut, dass hier so ein bisschen die Erde aufgewühlt ist. Aber das sind dann alle später so Feinheiten. Da werde ich dann, denke ich, auch nochmal ohne Video das Ganze noch ein bisschen feiner gestalten und mehr an den Filmen dran. Sonst dauert das hier alles zu lange. Aber es sieht, glaube ich, schon ganz gut aus jetzt. Von der Form. Nur kommt gleich jetzt wieder eine schwierige Szene. Also richtige Flecken wie da im Film kann ich leider nicht darstellen. Nicht so gut. Wenn ich das halt höchstens so mache, dann würde hier vorne noch der Baum hinkommen. Jetzt ist die Frage. Am liebsten würde ich da so einen Busch oder sowas haben. Aber den werden wir vermutlich nicht so hinbekommen. Nee, leider nicht. Das heißt, ich denke mal, ich werde da einfach drauf zurückgreifen. Hier nochmal. Sind die zu hoch, die Bäume? Ich weiß es nicht. Aber die sind schon von dem Geäst her, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich hätte hier gerne noch irgendwie so einen Busch vor oder so. Oh, ich kann auch das hier nehmen. Die beiden sehen kombiniert eigentlich ganz gut aus, die Bäume hier. Und im Hintergrund sieht man hier auch noch so ein paar Bäume. Ich weiß nicht, ich werde hier auf jeden Fall nochmal so einen Baum machen. Vielleicht hier hinter noch. Dann werde ich auch hier nochmal versuchen, so ein bisschen das auszuschmücken. Oh, das war gerade ganz cool. Ah, das ist cool mit diesen kleinen Mini-Palmdingern. Das ist nice. Freue ich mich immer, wenn man das hinbekommt. Denkt man so schon ganz gut. Aber jetzt kommt es erstmal zu einer anderen schwierigen Szene noch. Denn jetzt kommen wir zu der Szene, wo die sich dann umdrehen und realisieren. Also die stehen ja hier ungefähr. Und dann drehen sie um und realisieren. Oh shit, die kommen auf uns zu, die Gallimimus. Und rennen dann eigentlich wieder hier runter. Aber im Film sieht man halt nicht, dass die irgendwo runter rennen. Das heißt, es würde fast Sinn machen, dass die dann in diese Richtung rennen bei uns. Und dann zu diesem Baumstamm. Ich denke, das ist eher am coolsten, weil hier haben wir am meisten Platz. Und dann passt das eigentlich schon. So, ich habe jetzt das Ganze soweit nochmal ein bisschen hier vorbereitet. Sieht jetzt auch schon ganz gut aus. Und ich habe gerade nochmal die umgefallenen Baumstämme installiert. Das heißt, wir können jetzt hier zwei ungefallene Baumstämme verwenden. Einmal für Fels 3 und einmal für Baum 2. Da gibt es zwei verschiedene. Diese beiden gibt es. Der hier ist wahrscheinlich ein bisschen besser für uns. Auch wenn der im Film, glaube ich, nicht bewachsen ist mit irgendwas. Aber von der Form her kommt der, glaube ich, besser hin. Weil das hier ist ja eher so ein ungefallener Redwood Tree. Der hier kommt schon relativ nah an den Film an. Das einzige Problem ist natürlich jetzt, ich habe es euch ja gerade gezeigt, dass Baum 2 und dieser Fels 3 ersetzt werden. Und wir hatten natürlich im Park schon ein paar Mal diesen Baum 2 und Fels 3 verwendet. Zum Beispiel gerade hier, was wir gebaut hatten. Und da sind natürlich jetzt auch diese Baumstämme. Ich muss es dann später so machen, wenn ich die Film-Szenen aufnehme, dass ich dann genau an dieser Stelle dann die Mod installiere und dann kurz diese Stelle aufnehme. Und dann wieder deinstalliere. Oder darauf hoffen, dass da noch ein Update rauskommt, dass man zusätzlich diese Logs platzieren kann und nicht halt, dass Bäume dadurch ausgetauscht werden. Ist ein bisschen ärgerlich, aber für diese Szene ist der Baumstamm einfach wirklich wichtig. Deswegen werden wir das Ganze jetzt erstmal damit darstellen. Also, wir stellen das Ganze jetzt nochmal eben nach. Nicht wundern jetzt hier wegen den Baumstämmen. Das ist halt jetzt ein bisschen unlogisch. Die stehen halt hier irgendwo ungefähr. Sehen dann hier die Gallis. Die laufen hier außen rum und scheuchen sie dann, kommen dann von hier wieder und scheuchen sie dann hier in diese Richtung. Das macht schon Sinn. Und hier müsste dann irgendwo der Baumstamm liegen. Der Baumstamm wird dann wahrscheinlich so ungefähr liegen. Ich glaube, das ist schon ganz cool so. Denk mal so. Und im Hintergrund liegt, glaube ich, auch noch ein weiterer Baumstamm. Der liegt da, glaube ich, irgendwie so. Ich glaube, das kommt schon ganz gut hin. Da hüpfen die dann hinter und schützen sich dann sozusagen vor den Gallis. Der Baumstamm ist natürlich jetzt nicht ganz identisch wie der aus dem Film. Aber man sieht noch ganz gut, dass hier links und rechts auch so ein bisschen Wald ist. Was ja an sich auch nicht verkehrt ist. Wir dürfen uns halt nur hier die Optik nicht verwerben. Also wir dürfen hier nicht zu weit gehen. Jetzt machen wir jetzt die Szene kaputt, die wir vorhin schon geplant hatten. Hier rennen die dann hoch hinter dem Baumstamm, hocken sich hier hinter. Und die Gallis springen dann so ein bisschen über sie rüber. Und ich glaube, sobald die Gallis durch sind, kriechen die durch den Baumstamm durch. Und sind dann hier hinter dem Baumstamm und gucken in diese Richtung. Das heißt, wir müssen gleich nochmal gucken, ob hier überhaupt dieser zweite Baumstamm zu sehen ist. Ich schaue mal kurz den Screenshot weiter. Kommt das eigentlich schon fast hin, ne? Also wir müssen jetzt eigentlich hier noch so Feinheit machen. Ich müsste mir jetzt überlegen, wie es dann von hier aus noch weg geht. Weil im Prinzip ist es ja dann so, dass die, also hier frisst dann der T-Rex den Galli irgendwo. Irgendwo hier vorne. Der kommt hier aus dem Wald sozusagen, greift die an, die Galli Mimus. Und dann rennen die hier wieder, schleichen sie sich zurück. Und dann könnte man hier irgendwo diese Zaunszene noch machen. Dass die sich irgendwie hier lang zurückschleichen. Und dann hier oben die Zaunszene. Das würde, glaube ich, schon ganz gut hinkommen. Also, ich glaube, wir sind schon ganz gut dabei. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt erstmal Gallis freilassen. So, Leute. Wir lassen jetzt die letzten zwei Gallis gemeinsam frei. Ich habe jetzt schon 22 Stück freigelassen. Das heißt, insgesamt werden wir 24 Galli Mimus haben. Das ist wirklich eine Menge. Aber im Film sind ja auch sehr viele zu sehen. Also, das ist, glaube ich, denke ich mal, relativ realistisch. Ihr könnt natürlich jetzt wieder fleißig Namensvorschläge für die Galli Mimus in die Kommentare schreiben. Die Chancen stehen diesmal auch sehr hoch, dass ihr hier in meinem Park verewigt werdet. Weil ihr seht ja schon, wie viele das sind. Und das sind hier nicht mal alle. Die machen richtig Massenveranstaltungen. Ich hoffe, die verhungern mir hier gleich nicht. Weil ich habe jetzt erstmal provisorisch hier hinten ein Wasser und einen Futterspender hin platziert, damit die was essen können. Aber ich glaube, die meisten haben es noch gar nicht gecheckt. Die bleiben halt alle hier vorne in dem Bereich. Ich muss mir das auch noch überlegen, wo ich die Versorgung hinmache mit Wasser und Nahrung. Weil im Film sieht man ja sowas in der Art auch nicht. Deswegen müssen wir es am besten an einer Stelle unterbringen, wo man es dann halt auch eher nicht sieht. Aber Galli Mimus sind cool. Davon kann man nie genug haben. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, ob die Anzahl falsch ist. Also es sind jetzt 24 Stück. 24 Galli Mimus in unserem Gehege hier. Das hier ist übrigens das Gehege. Also es ist relativ groß. Und hier kommt dann irgendwann der T-Rex durch. Hier kommt er dann raus und frisst die dann. Ich werde jetzt das Ganze hier wieder entfernen. Das war auch nur provisorisch zum Freilassen. Aber sonst hätte ich alle einzeln betäuben müssen und so weiter und so weiter. Ja, die Frage ist jetzt, also hier im Hintergrund weiß ich gar nicht, ob ich das Wasser lassen will. Ich glaube, das macht mir hier die Optik kaputt. Das mache ich, glaube ich, eher weg. Vielleicht können wir das Wasser irgendwie noch hier unten oder so hinmachen. Oder hier kann ich es eigentlich auch nicht hinmachen. Eigentlich sieht man in alle Richtungen alles. Also ich glaube, ich muss das wirklich irgendwo hier unten oder so hinmachen. Den Fressbereich oder den Wasserbereich. So, den Streckenverlauf habe ich jetzt erstmal hier lang gezeichnet. Habe jetzt hier in der Ecke doch nochmal Wasser ein bisschen gelassen und so einen Futterspender. Aber relativ doll versteckt im Wald. Also das fällt nicht mehr wirklich auf da hinten. Und hier hinten habe ich nochmal einen kleinen Wasserbereich eingebaut. Oh, das hier sollte gar nicht hier hin. Machen wir nochmal kurz weg. Hier ist dann nochmal ein kleiner Wasserbereich. Und Futterspender werde ich dann, denke ich mal, auch noch hier irgendwo unterbringen. Das muss dann hoffentlich reichen für diese 24 Gallis. Ja, das ist alles jetzt relativ gut durchdacht hier, denke ich. Schon ziemlich cool. Was natürlich jetzt noch fehlt, ist der Weg zu dieser Szene, wo die dann später rüberklettern. Da sieht man ja nochmal ganz gut, dass die dann so einen mega hohen Berg hochgehen. Im Hintergrund sieht man auch richtig krasse Berge. Also so richtig wie im Film kann ich es natürlich nicht darstellen. Ja, im Prinzip ist es aber eigentlich nur ein Zaun, der irgendwo erhöht ist und wo die rüberklettern. Ich weiß gar nicht, wie wir das hier vernünftig machen sollen. Also man könnte es irgendwo hier vorne machen, aber ansonsten wüsste ich echt nicht, wo. Ich glaube, das werde ich mir echt erst zur nächsten Folge überlegen, ob ich diese Szene überhaupt mit reinnehme. Aber ganz alle Szenen können wir natürlich nicht darstellen. Wäre dann irgendwo hier, dass wir hier den Berg vielleicht nochmal erhöhen und hier dann den Zaun hochmachen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Szene noch sehen wollt oder nicht. Aber ansonsten würde ich mich jetzt erstmal nochmal immer so ein bisschen auseinandersetzen. Ich weiß aber auch gar nicht, wie ich das hier dann gestalte. So im Groben und Ganzen. Also eigentlich sind das alles nur noch so Feinarbeiten, wo ich ein bisschen das Terrain anpasse und so weiter und so fort. Die Schlüssel-Szenen haben wir jetzt schon einigermaßen dargestellt. Also ich denke mal, damit sind wir schon mal ganz gut bedient. Sieht jetzt alles sehr unfertig aus, aber ich werde zur nächsten Folge auf jeden Fall das Ganze nochmal ein bisschen mit Feinheiten versehen. Das Ganze ein bisschen schöner überglätten und euch dann nochmal präsentieren. Und dann würde ich sagen, bauen wir weiter. Wir kommen auf jeden Fall momentan echt gut voran. Und wir haben jetzt direkt das nächste Gehege soweit erstmal fertig durchgeplant. Und zur nächsten Folge wird es dann auch fertig sein. Und dann geht es schon, glaube ich, in der nächsten Folge an diese Raptoren-Szene auf jeden Fall, die hier hinten dann stattfindet. Die haben wir heute auch schon angesprochen. Und dann müssen wir uns auch mal hier so ein bisschen diesem Bereich widmen. Der ist hier noch komplett vorläufig und provisorisch. Und das hier ist auch noch sehr unfertig. Da müssen wir auch noch viele Arbeiten machen. Das machen wir, denke ich mal, alles in der nächsten Folge. In der heutigen Folge haben wir auf jeden Fall das Gallimimus-Gehege soweit fertig gebaut von der Grundform. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Wir haben 24 neue Gallimimus in unserem Park. Das heißt, ihr könnt schöne Namensvorschläge da lassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr auch gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.